Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller schließt die Predigtreihe Das Reich Gottes mit dem Thema Wer ist der König der Könige ab? Viele denken beim Glauben an Jesus nicht daran, etwas Schönes wachsen zu lassen. Alles, woran wir denken, ist Unkraut zu jäten. Sie jäten Unkraut, damit der Rasen schön grün wird. Das Problem mit unserem Glauben ist nicht die Sünde, sondern eine falsche Vorstellung des Glaubens. Wie wird Ihr Rasen schön grün? Wer ist Ihr König? Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller. Die beste Stunde im Fernsehen.